Ich nenne sie die 30 Minuten Hochzeit. Eine wahre Geschichte. Eine Schwester war ganz normal einkaufen und ging zu Rossmann. Daraufhin sah sie einen Bruder im Auto am Parkplatz. Kurze Zeit später ging diese Schwester nach dem Einkaufen nach Hause. Erzählte dann ihrer Schwester, dass ein Mann sie die ganze Zeit angeschaut hat. Kurze Zeit später. Die Tür klopft. Die Mutter macht die Tür auf. Auf einmal steht der Mann da. Ist da der Mann im Haus? Ich möchte mit ihm sprechen. Kommt der Vater. Sagt er. Was hast du, mein Sohn? Sagt er. Ich habe vorhin eine Frau gesehen, die mir gefallen hat. Und ich habe gesehen, dass sie in dieses Haus reingegangen ist. Und ich würde gerne ihre Hand anhalten. Wenn sie nichts dagegen haben, dann würde ich es auch meinen Eltern Bescheid geben. Daraufhin meinte der Vater. Beschreib sie mir. Denn ich habe zwei Töchter. Welche von den zwei meinst du? So beschrieb dieser Mann die Tochter. Daraufhin sagte der Vater. Ich kann sie nicht zwingen. Ich werde jetzt reingehen und ich werde sie fragen, was sie davon hält. Der Vater ging rein. Fragte die Tochter. Sie hat eingewilligt. Und jetzt sind sie glücklich verheiratet. Und haben schon ein Kind. Möge Allah ihre Ehe segnen. Amin. So schnell kann wahre Liebe entstehen. Wahre Liebe, indem wir es halal machen. Und guckt mal, was für ein Beispiel. Und wie viele Leute führen eine sogenannte Beziehung? Haram. Über Monate. Über Jahre. Heiraten. Und was geschieht? Zwei Wochen später. Geschehen. Hier. Jahrelange Beziehung. Haram. Heiraten. Geschehen. Da kurz gesehen. Nachgefragt. Und jetzt glücklich verheiratet. Wenn das nicht ein Beispiel ist. Und so. So. Können wir. Heiraten. Indem ich zum Beispiel. Meine Mutter frage. Indem ich einen guten Bruder frage. Indem ich in einer Moschee frage. Das ist ein guter Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen tugendhaften Ehepartner schenken. Und möge er subhanahu wa ta'ala uns alle unsere Sünden verzeihen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eine kurze Ansage liebe Geschwister im Islam. Ihr wisst unsere sozialen Netzwerke. Deren Namen heißen überall der Islam verbindet. Außer in Snapchat. Da heißt es Islam verbindet. Aber ich habe auch ein Privatprofil in Facebook und Instagram. Hier sind die Namen mal eingeblendet. Wer möchte kann mich dort adden. Da werde ich auch natürlich einiges um den Islam posten. Aber auch natürlich private Sachen. Und insha Allah schöne Sachen. Deswegen wer möchte kann mir auf Instagram folgen. Und wer möchte kann mich auf Facebook abonnieren. Ich warte auf euch.